Das Disi-Werkstattgespräch 2025 am 26. und 27. Februar in Karlsruhe. Die Fachtagung für Datenanalyse und Berichtswesen für die öffentliche Verwaltung. Erleben Sie spannende Vorträge zu innovativen Technologien für die digitale Verwaltung. Mit unserer Plattform Disi-Cadenza zeigen wir Ihnen innovative Lösungen für die Datennutzung. Sowohl on-premises als auch in der Cloud. Datenanalyse ganz smart mit Business Intelligence, Location Intelligence und künstlicher Intelligenz. Neben spannenden Vorträgen sorgen Fachforen, Live-Demos und intensiver Austausch für echtes Werkstattfeeling. Abends erleben wir gemeinsam einen entspannten Ausklang mit guten Gesprächen. Und natürlich gibt es Musik unserer Firmenband AC Disi, der Top-Act des Abends. Seien Sie dabei beim nächsten Disi-Werkstattgespräch am 26. und 27. Februar 2025. Jetzt anmelden unter www.disi.net.